Hallo, Namaste Deutschland. Willkommen in meine indische Küche. Ich bin wieder da mit einem ganz leichtes, einfaches und smackhaftes Rezept. Aber das ist keine Hauptspeise, sondern ein Zutaten. Das wir in der Brauchen für religiöse Rituale, für Süßigkeiten und alles essen. Diese Ghee heißt geklarte Butter oder Buttersmalz. Um diese Ghee zu machen, brauchen wir nur eine Zutaten, das ist Butter. Es gibt verschiedene Variante von Butter im Supermarkt. Aber für diese Ghee zu herstellen, nehmen wir Butter ohne Rebsöl. Hier habe ich zwei 250 Gramm Derigold Butter benutzt. Habe ich Butter in vier Stücke mit einem großen Messer aufgeteilt, damit es einfach zu smelzen ist. Nehmen Sie alle Butterstücke in Pfanne mit dickerem Boden und lassen sie smelzen. Hier habe ich das Video nicht bearbeitet und versucht zu zeigen, wie sich die Butter langsam in Ghee verwandelt. Sie können sehen wie die Butter langsam smelzen. Sobald die Butter smelzen, lassen sie sie sieben mit St. Minuten kochen, mit saum und städ. Das ist geil! Wenn die Farbe ist, die Ghee Gold-Brown ist. Erst entfernen Sie die Fahne aus der Harde. Gießen und füllen Sie es mit einem feinen Sieb in eine saubere und traubene Glasflasche. So, unsere Ghee ist jetzt fertig. Es ist aber heiß, aber nach 4 bis 6 Stunden ist es abgekühlt und können wir das probieren. Das ist haltbar bis 6 bis 8 Monate und vorsichtig müssen wir immer in Glasbottel dieses feiken. Es ist die Zeit für mich zu gehen. Wann Sie meinem Video gefallen haben, bitte geben mir einen Daumen hoch und abonnieren Sie meinen Kanal unten. Wir sehen uns in unserem nächsten interessanten Video. Bis dann, bleib zu Hause, bleib gesund. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.